Namaste, Namaste. Hier habe ich sie, die 19 Augen-Rudraksha, auch einer der ganz, ganz seltenen. Sehr selten, sehr kraftvoll und diese Energie habe ich hier persönlich in dieser Rudraksha hier drin, in dieser Kette. Da ist auch eine 19 Augen dabei und jetzt trage ich sie auch mal. Umso mehr ich hier von diesen hohen schwingenden spreche, umso mehr merke ich, wow, wie toll, dass ich sie habe. Ja, das ist schon sehr besonders. Die 19 Augen ist halt sehr, sehr, sehr selten. Auch etwas, was natürlich dann dementsprechend seinen Preis hat. Deswegen habe ich sie auch nur als indonesische Rudraksha, denn sie wirkt einfach sehr, sehr, sehr stark. Sie ist sehr, sehr selten, genauso wie die 18 Augen eben auch und extremst kraftvoll. Und es kann auch da sein, dass man wirklich Monate sucht, also nicht nur Wochen, sondern Monate sucht, wenn man eine echte, gute, authentische Nepal-Rudraksha haben möchte in dieser Qualität, bis da wirklich eine kommt zu uns. Sie hat eine ganz besondere Energie. Auf alle Chakren wirkt sie. Ihre Energie ist verbunden mit Narayana, das ist eine Energie von Vishnu unter anderem auch. Und ihr Planet ist Merkur und sie öffnet sehr, sehr stark das Herzchakra und Vishnu-Kranti, also Knoten im Herzchakra. Wir alle haben so eine Art Knoten im Herzchakra, wo wir werten. Also deswegen sitzt doch diese Rudraksha hier auf dem Herz unter anderem. Denn wenn wir auch in schwierigen Situationen es schaffen, in das Licht von jemandem zu sehen, weiterzusehen und nicht auf die Persönlichkeitsebene abzufallen, sage ich mal, haben wir wirklich eine Chance, diese bedingungslose Liebe bei uns und bei anderen ganz, ganz wunderbar zu spüren. Das bringt uns natürlich spirituell nicht nur weiter, sondern bringt uns auch eine Menge Liebe und eine Menge positive Schwingung und positive Kraft in unser Leben, was eine ganz, ganz wunderbare Energie halt einfach zu uns schwingen lässt. Und wenn dieser Knoten sich löst, dann haben wir auch ein größeres Einheitsbewusstsein. Das heißt, diese Verbindungen zum Kosmischen spüren wir stärker. Wir sind mehr angebunden. Wir sind aber auch eventuell mehr empfindlich. Ja, das hat natürlich auch so alle diese Seiten, man ist halt nicht so abgestumpft. Man kriegt halt natürlich auch viel mit, aber es ist halt ein sehr, sehr kraftvoller Weg auf der spirituellen Ebene. Man sagt, wenn dieser Knoten im Herzen mal geplatzt ist, dann muss man Negativität kaum noch oder wenig entladen. Und man geht sehr schnell durch Negativität durch. Das ist schon sehr, sehr gut. Auf der energetischen Ebene ist es so, dass dem Träger in diesem Leben an nichts mangeln wird. Das heißt, selbst wenn es dir mal an was mangelt und das Konto mal schwach irgendwie aussieht oder irgendwelche Negativitäten kommt, kommt immer wieder hinterher irgendwas, was dich auffängt. Die 19 Augen-Rudraksha hilft dabei, dass du, so ähnlich wie die 18 Augen, wo eben die Budevi auch das Auffangen, die Auffangen der Energie ist, so ist jetzt hier auch diese Energie sehr auffangend und hilft sozusagen diesen Schutz vor starker Negativität in deinem Leben zu halten, dauerhaft zu halten, so dass du, ja, wenn du jetzt nicht total krasses Karma aufbaust oder irgendwie gerade abbaust oder was auch immer da auf solchen Ebenen abläuft, du eine sehr große Chance hast, dass du ein sehr gutes allgemeines Leben haben wirst. Auch wenn du jetzt vielleicht nicht immer oben da schwebst und immer nur Millionär bist oder sowas, so wirst du auf jeden Fall gehalten von der kosmischen Energie. Das ist eine sehr, sehr starke Schwingung. Der Planet ist eben Merkur und die Chakren ja eben alle. Das heißt, es betrifft wirklich ganzheitlich die Energie, die uns dort trägt und nicht nur von einem Chakra oder nicht nur von einer Gottheit, sondern es ist eine sehr wunderbare Energie. Also hauptsächlich aufs Herz und ich glaube sowieso, dass das sind die zwei kraftvollsten Chakren, Herz und drittes Auge, wenn die zusammenwirken, wenn die zusammen auf sind, das ist schon mal so 90 Prozent der Miete. Das ist ganz wichtig, besonders das Herz. Das ist eine ganz, ganz wichtige Schwingung spirituell, aber auch für unser Wohlbefinden auf allen Ebenen. Genau, das ist die besondere, sehr seltene 19 Augen Rudraksha. Informationen. Namaste.